Ob sie wohl darauf reinfallen? Was denkst du? Das werden wir gleich sehen. Da kommen sie schon. Viel Glück, Mia. Und denkt daran, wartet auf mein Zeichen. Das ist für dich. Rückzug, Leute. Der Feind ist zu stark. Ich hör mich wie Dex an. Wartet auf mich. Gehen wir es an. Na, wen haben wir denn hier? Ja. Los, ein bisschen schneller. Nein, hier lang. Bitte, schließen Sie mich hier nicht ein. Nicht, bevor ich dich durchsucht habe. Was ist das? Gar nichts. Das soll einfach nur mein Haar zusammenhalten. Du kannst es als Decke benutzen. Es wird ja ziemlich kalt in der Nacht. Und was ist das? Das ist auch nichts. Das ist nur ein Kaugummi. Kaugummi? Ja, äh, Pilzgeschmack. Oh, oh. Oh, ist das eklig. Gut, dass du dir dein eigenes Essen mitgebracht hast. Dann kannst du uns in Ruhe dabei zusehen, wie wir dein Zentopia vernichten. Wie immer. Wir sehen uns bald wie der Elfe, aber nicht so bald. Jetzt schnell, Mia. Es ist gleich hart. Okay, wenn ich jetzt noch den Kristall finde... Sieh an, sieh an. Was für ein Zufall. Draken! Lord Draken. Wenn Sie wirklich Respekt erwarten, bin ich die falsche Person. Du hast viel Mut, Kleines. Weißt du, es macht mir Spaß, wenn der Gegner mutig ist. Sie jagen mir keine Angst ein. Sie sind nur Rauch mit einer tiefen Stimme. Wenn ich erst einmal das goldene Horn des geflügelten Einhorns habe, dann werde ich so viel mehr sein, als du dir vorstellen kannst. Ich werde überall sein. Zu schade. Im Moment sind sie gar nichts. Vielleicht könnte ich jemanden wie dich ja gebrauchen. Komm doch auf meine Seite. Die Seite der Dunkelelfen. Ich würde dich mit Kräften belohnen, von denen du niemals geträumt hast. Entschuldigung, ich habe leider keine Zeit für diesen Quatsch.